Herzlich Willkommen zurück bei Fallout 4. Wir starten hier bei der Farm, um die Raider-Quest abzugeben, die wir letzte Folge erledigt haben. Wollen wir sehen, was uns der Farmer jetzt zu sagen hat. Hast du die Raider gefunden? Ja, ich hab mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört hab. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Gute Entscheidung, mein Freund. Da können wir uns gleich hier auch noch ein bisschen umgucken in der Gegend. Würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind. Da hinten gibt es noch irgendwie, was laut Map, eine Radarschüssel. Gucken wir doch mal. So ein bisschen Munition wäre nämlich nicht schlecht. Oh, ein Köterchen. Na du? Oh. Oh. Ja. Das bringt ja viel mit der Knabe. Wow. Na, na, na. Na. Nein. Das ist ein Alpha. Ich höre aber hinter mir was. Das ist der Alpha. Okay. Okay. Ich muss ein bisschen Medizin nehmen. Das ist wie nervig. Das ist jetzt wohl umfallen. Puh. Das ist ziemlich stabil. Wo wollte ich denn jetzt? Ah, da. Da oben ist die Schüssel. Da rennt ja noch so ein Viech rum. Ich hoffe, da oben gibt es ein bisschen Munition. Und so ein Radiation-Avay wäre auch nicht schlecht. Das ist vorbei. Oh. Was ist er? Das ist ein Farmer. Okay. Ich dachte schon. Ja. Na du? Ja. Wer will nicht mit uns reden? Okay. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Hier sind irgendwo Feinde. Oh, hier rappelt es schon. Stopp von oben. Ist das nicht gewusst. Böses Hundchen. Ist dann hier noch einer. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Gucken wir mal, was hier oben noch so rum eiert. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Ja, das gilt für dich auch, mein Freund. Wenn ich dich erwischen sollte. Warum also nicht? Ich schätze mal, das ist da unten im Wohnwagen drin gewesen. Oder was heißt Wohnwagen an der Gebäude da. Naja. Nichts mehr zu sehen von ihm. Da kommt auch raus. Bist du denn? In your face. Mein Freund. Was ist denn los? Oh, Schrot. Was haben wir hier? Ein paar Drogen. Ob wir da wirklich reingehen sollten. Können wir mal reinschauen. Ich habe schon wieder so wenig Munition. Das mit der Munition ist ein ganz schönes Problem, finde ich. Oh, ich ahne, fürchterlich ist. Oho. Hier ist schon mal eine Falle gewesen. Terminal irgendwo. Terminal steht hier. Ist zu gut geschützt. Darf ich nicht knacken. Das ist natürlich beschissen. Da sehe ich schon einen Hund. Da ist ein Kerl. Oh. Kommen sie denn schon wieder alle her? Meine Fresse. Lass mal hier unten gucken. Erstmal loote ich den jetzt doch da oben. Diesen Junge hier. Gut. Und das ist scheiß Haus. Da ist Pöppel drin. Oh. Medic. Immer gut. Unten waren auf jeden Fall noch welche. Ich mag diese Gitter immer nicht. Da wird man zu gut gesehen von überall. Man sieht selber schlecht. Knapp mal das Kistchen. Jawohl. Ja. Oh ja. Echt viel drin. Klasse. Was haben wir denn hier? Ah. Munition. Sehr geil. Ich nehme alles mit, bis wir nichts mehr tragen können. Runter hier. Was denn? Alter, der Mini-Gun. Scheiße. Hör mal, was ist denn jetzt? Nein, das ist überhitzt. Das ist gut. Geht gleich mal. Einen reinballern. Gut, dass du die Granate nicht schmeißen konntest. So richtig. Bleib doch mal stehen. Madam. Jawohl. Puh. Da ist einer mit einer Mini-Gun um die Ecke. Meine Fresse. Nicht schlecht. Mini-Gun habe ich leider schon. Ich glaube, es waren sogar zwei, oder? Ne. Kann ich nur hier auch looten. Okay. So. Waren das jetzt alle hier unten? Eine Lunchbox. Terpentin. Welchen Kuchen? Was haben wir denn hier unten? Ne. Ist ja gar nichts. Wirklich. So gar nicht. Was haben sie hier gemacht? Ihre Toten entsorgt. In einem Fass. In einem Fass. In einem Fass. In einem Fass. Oha. Klammern. Und eine Medaillon. Und eine Medaillon. in einem Fass. Ja. Scheiße. Na? Scheiße. Na? Das will nicht. Ah, jetzt. Cool. So cool war das. Uh. Okay. Da fliegt gleich mal alles in die Luft. Auch nicht schlecht. Irgendwo kriecht hier aber noch was. Was gibt's denn hier überhaupt Schönes? Hier kann man auch wieder zu zielen. So. Ein bisschen Fleisch mitnehmen. Ist hier noch was versteckt? Nein. Radio. Was haben wir denn hier? Nachrichtenraum. Schlüssel. Oh, das ist ein Schlüssel. Das ist so schön. Gucken wir uns den Nachrichtenraum natürlich auch noch an. Mal sehen. Falls ich den finden sollte. Falls ich den finden sollte. Da bin ich gekommen. Was hier noch so ist. Oh. Da hat's bestimmt ein Korb. Jawoll. Beinahe übersehen. Diese Fusionskerne sind immer sehr wichtig. Damit kann man nämlich diese Power Rüstung antreiben. Je mehr man davon hat, desto besser. Was haben wir hier? Nachrichtenraum. Das Terminal. Jawoll. Verdeckte Einsatz. Verdammt nochmal. Ja. Oh. Gibt mir Bonus. Bin ich beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Das nehme ich doch mit. Mini Atome. Hört sich auch lustig an. Oh. 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 Eine Kiste. Munition. Ja. Ach. Nochmal ist es mit. Luca Cola. Auch gut. Zigaretten wollen wir nicht. Bin nicht Raucher. Ein bisschen was zu trinken. Ja. Das ging doch eigentlich schon mal. Leider. Ne. Das war es hier schon denke ich. Gut. Hätten wir das auch abgestaubt. Ich will jetzt wieder mal ein bisschen Munition bekommen. Und wo wir uns als nächstes hin verirren, sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Bis dann.